hey mann nicht wieder von vorne alter ja ich gehe ja schon mal auf hier ach man da machen wir den ganzen dreck mal von vorne ich schieße jetzt schon auf mich nach voll war es von da oben aus aber dir brennt auch die luft ich habe dich gesehen dass du das warst so mein freund dann machst du nicht noch mal was machst du nicht noch mal das kannst du definitiv vergessen aber ich nicht so da habe ich nicht ins herz so den habe ich jetzt nach oben auf dem dach ja jetzt geht es wieder mit dem zu tun aber ich war mal schon in die deckung von dem ich hätte nicht gedacht dass ich dir das das ist ganz ehrlich was zu sagen in die schläfe so aus wie der rostige wasserpumpenzange da kommt noch einer ich warte müssen wir bis hier unten sind so so noch einer ohne fahrschein scheiße ich kann von da aus aber ich sehe den da oben haben wir jetzt weiße ich hätte wir gesehen du arschlappenkönig ich kann ein auto alle du solltest du auch dein hinterlacht ja ach guck mal da hat es da zu springen sehen aber guck mal ob ich jetzt krieg ja das ist ja da ist einer da habe ich springen mein ausgleichs musst du nachladen mann wo bist du wo jetzt das bull auge treff kleiner drecksack hat gelenkt die sind gut muss ich ganz ehrlich sagen aber die sind ganz schön op da schießt du mal schön vor das geländer du alte fischlippe worum drauf du musst ja da auch mal wieder weg auch ein eindeutigeres ziel so kann ich nicht für sehen bei der sicht sich die 0 0 alter komm schon komm ja jetzt siehst du nebenluft du drecksack jetzt sieht daneben luft da gibt es da noch ein anscheinend nicht hier und baby da würde ich sagen jetzt weiter ach mal wie schnell sind die denn da kann ich gar nicht whatever halt nach man wobei sie an der treppe sind ja das ist wieder klar einer macht wird der übrig egal ich denke ich euch weg hier habe ich das gerade gesagt er sagt immer voll voll gefällt aber ja geht doch alter das wüsste aber bald na 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 und jawohl und jawohl ja aber dann mit der dings kommt auch dann die übung wieder ja da kommt dann wort jetzt ist noch mal der schweiß wo ja will jetzt kackst du es aber ach das gibt's doch nicht wo schießt sich denn hin mann ehemal weg da machen wir ja wieder wollte drauf du ja also muss ich habe keinen bock mal auf deine Ja. Ah, der Wackelkönig. So, mal rein so. Los. Aus. Feierabend. Weg mit dem Mensch. Ja. Und. Guck mal, der grinst noch. La 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 la. Oh. Ausrechte, da wenn ich jedes Mal schießen will, dann ducken die sich. Der braucht seine Mütze nicht mehr. Ja, wie geht's weiter? Alter. Was? Wo willst du eigentlich hin, Alter? Ja. Wackel, dackel, wackel, dackel, wackel, dackel, wackel, dackel, 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 dackel. Jawohl, Kontrollpunkt. Ah, geil. Yes, es ist mein. Leiche, du, suchen aber. Gibt's mir ja nix. da war noch eine tür offen ich weiß nicht warum die sich haben die sich hier versteckt oder warum kommen die aus den türen hier raus schöne verrostete alte karre weil das hier keine munition ja aber überall diese gas tanks für dauerwellen da ist zu wir müssen wo ich hier gelandet bin das läuft mir was einige brüllen ich hab gar kein bock mehr einer noch ich kann nur von der gegenüberliegende seite ballern da gibt es doch nicht alter hast du denn hast du denn wasser getrunken ja richtig kräse alter dann nervt aber er will sie dann gut treffen jetzt sind zwei türen hause ja ja Ah. mein zeigefinger sitzt locker kaum zu mich ran ist das schon wieder voll für den arzt jetzt aber gibt mir noch geht mir noch mal munition für scharf sitzengewehr wenn ich sowas sehe dass ich immer nur diese billigen munition ich bin ach guck mal ja wo das war jetzt ja das gilt und ich mache immer alles mit scharf schützengewehr warum nicht macht laune kann ich wirklich schön auf abstand halten ja und ja das ist geil das sieht man nicht alle tage ja zu spät danke volle munition alle hör doch mal auf soll lächerlich also das kam so hier haben wir uns jetzt auch durch gefällt mir gar nicht ich sag das gefällt mir nicht auch ich ich auch ich du 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 ja du 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 ach mensch nix der christo kacke hast du diese dings aber nicht die wenn ich die luft jagen die garten die gas bull dann gehe ich ja selber drauf wenn du nicht blöde naja war mir schon klar nach wann alles grütze oder es gibt es aber mit mayonaise jawohl das haben wir es gleich geschafft sehr schön gespeichert wird gespeichert wird jetzt dann nehme ich noch mit haben aber zoller geist ja schuss war nicht doll er war jetzt aber das ist der markplatz ja noch aufräumen bevor wir hier ja das sieht doch mal nett aus von diesem schuss dieses grün rote grün blaue wie sie das gemacht haben solltest du solltest dir vielleicht mit einer stück einen anderen job suchen als friedhofsgärtner tauchst du mehr also eine ohne fahrschein ich habe jetzt so gut glück ich denke dass die augen sich machen den verraten haben ja guck mal geil genau ich weiß ich habe keine position sagt einfach noch mal da da sucht seine familie erscheint ihr wohnbahnhofsgelände zu sein da ist immer wieder der leiter kopf für die gut wir haben irgendwer keine moni das ist noch drei stück auf der rechten seite die ich muss aber gleich rein wir können doch nicht einfach hier machen was zum wollen einer muss doch mal aufrollen ja mal gucken ob ich das damit den krieg aber wir gehen jetzt rein genug gespielt hallöchen so warum nimmt da keine munition auf ich weiß wie knapp bei kasse 10 von 40 15 von 75 5 von 100 alles klar check voll 30 8 für die munition hier weiß ich warum wir da lube aufnehmen hier so viel aber 8 von 80 ja es ist besser glaube ich nehme ich die mal mit alles andere haben wir noch im petto aber die kiste offen ist da kann man nicht drüber läuft gold handgranaten alles voll alles schon fertig ja so was ist das ja so was ist das 30 so was ist das aber neilis auch nicht 71 von 71 ist aber schwach weiß von 30 71 von 70 behalten 30 das ist aber dann nehme ich die 71 und besser ist gucken wie sich die handhaben lässt 10 von 100 hatte ich hier 50 von 100 nämlich die moment alles klar so das haben wir jetzt hier müssen wir raus aber ich sag erst mal der mache ich glaube ich erstmal wieder aufnahme stopp und ja jetzt geht das rennen dran also danke fürs zusehen bis zunächst mal euer virus und schau mit v